Ich bin sehr froh, dass ich mich hierher habe. Du bist der Freund von Johan Eimer? Mein Freund ist mein Freund. Und du kennst ihn nicht? Das ist der Welt. Was ist denn das? hat und dort mit den gehört aber die klinik einfach mal dieses den ab 4 was gibt es nicht bewegt dass die tür nicht lang nicht dass ich das muss Entschuldigung, mein Freund. Ich wusste, du konntest. Ich habe meine Freunde, meine Freunde. Ja, ich kann auch die Freude. Ist das so schlimm? Das ist ein Schloss, Alter. So ein Monster. Hä? Eine Frage, was soll ich da unten tun? Das war, glaube ich, nicht gut. Ja, tut mir leid. Ich habe nicht aufgepasst. Schon zweimal gestorben in einem Spiel, wo man nicht sterben sollte. Wo bin ich denn jetzt? Wie weit bin ich denn zurückgesetzt? Ich nehme mal an, die Töne sind trotzdem noch offen, ne? Ja. Ja. Ähm. Ah, ich weiß, was ich machen muss, glaube ich. So ein Fleischstück da dran hängen. So. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was da dran hängt. Ich bin jetzt schon mal nicht. Wie ist das? Wie bitte. Ich bin jetzt nicht dran. So. Das ist glaube ich mal Speicherpunkt. ein grieber beeinflusst war ja blablabla sind alle nicht gut und alle das ist mir schon so auch klar geworden oder dass ich es komisch selbst lesen muss alter dieses komische räucher zeugs was ich hier gerade neben mir stehen habe kann man nicht mehr atmen aber hier alter um eingang ich habe sein rezept gefunden ein grieber der sterbende mann braucht ein spiel zählte auf dem mittelzelt den enden von einer mischung die aus drei gänzen das wird eine kugel ja so hat ja egal welche die question ist ja jetzt nur wo und wie ich diese sachen jetzt hin muss wahrscheinlich überall einmal hin und also diese reicher scheiße haben schon mal erwähnt dass ich große weitläufige angsteinflößende räume nicht mag kürzburg 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 Soll ich wieder pump, pump, pump da stehen oder was? Ja, gut. Aufgenommen, Stück einer Kugel. Ach du Kacke. Ich würde ja mal sagen... Ja, gut. Es ist wirklich nichts. Ja, gut. Und ich habe kein Öl mehr, so wie immer. Oh Mann! Junge, ich sehe nichts mehr. Ich bin total am Abkacken. Ich frage mich, ob man hier auch an geistiger Demenz sterben kann. Oh fuck ey, ich sehe hier nichts. Ja, diese Treppe hier hoch. Oh, diese Bilder ey. Ja. 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 äh ha hab ich das verwüstet als Sprache ja gut hier ist jetzt grad nichts mehr besonderes ob ich jetzt hinter so nem Bild ne ähm die Frage ist jetzt auch wo ich herkomme von da komm ich ne dann war ich hier irgendwo drin meine ich ich sollte die Tür nicht zu ich brauch das irgendein so da komm ich her dann bin ich da rausgekommen dann muss ich jetzt hier hin Die Tür ist redo gut Du! Du hattest Mann! Wie kannst du meinen inni machen? Ist er egal? Er ist ein von den Wäldern. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin nicht der Schmerz. Es war ein Verrückter. Er hat einen Mann auf den Feuer. Es war nicht meine Schuld. Ich kann niemanden hören. Das ist schrecklich. Natürlich. Wir sind mit Monstern hier. Die entdeckten Soldaten werden sie nicht behalten. Nein, bitte! Mach alles! Was auch du willst! Alles! Nicht alles! Ich vermisse alles! nicht so lecker aus was soll da stehen vorstellungskraft ist die schlimmste oder die stärkste weil ich sag mal so ich bin ja hier selbst mal so christlich an veranlagt anscheinend sonst würde ich das spiel hier nicht spielen aber ich werde euch nie zufrieden sein die es nicht durchbrechen die 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 seine träne verliehen sein bauch flossen die säge zwischen seinem bein steckte in der hüfte